Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sondern er ist es! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niedersterrestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben sind. Ist das Feiglinge? Verreißer, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolch des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu laden, wie mein Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktion nur behindert! Es hat mir Geld nur als festklicken Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan! Und jahrelang alle Höhrenoffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich glaube, es ist wirklich tödlich! Ich bin in den Kopf! Ich bin in den Kopf! Ich bin im Kopf! Vielen Dank.